Was ist mit dir passiert? Tja, wie du kannst, aber du kannst nur Schmerzen. Nein, du hast das gemacht. Alles, was ich gemacht habe, war dir eine Wahl. Du hast den Hund gewählt, und jetzt ist er tot. Ich verfehlte dich. Ich verfehlte dich alle. Jetzt hast du nichts. Jetzt bist du bereit. Komm, es ist Zeit. So Leute, lang ist her, aber ich mache weiter mit Blair Witch. Im letzten Teil haben wir leider unseren Hundi verloren. Und meine Mission für den Teil lautet, herauszufinden, was mit Bullet passiert ist. Ob er noch lebt. Weil es gibt eine Errungenschaft aus Steam, die heißt, der Abschied. Finde heraus, was mit Bullet geschehen ist. Und es wäre ganz schön, wenn ich das herausfinden würde. So, ich bin immer noch hier unten in diesem Labyrinth aus Stein gefangen. Bisschen Lost. Oh, ich höre jetzt die ganze Zeit Bullet im Hintergrund beim Winseln. Ah, ich glaube rechts. Links bin ich gerade eben gegangen. Hier geht es in alle Richtungen. Ja, jetzt bin ich halt komplett verloren ohne den Hund, ne. Ich fahre mich, ob der hier unten jetzt irgendwo ist. Ob man den hier finden kann. In diesem Labyrinth hier. Oder ob der irgendwo außerhalb ist. Das Problem ist halt, ohne den Hund schiebt der auch wieder voll die Panikattacken, ne. Sch, 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 sch. Es ist er. Was haben wir denn hier? Noch einen Loroid? Ein Paul. Hallo Paul. Schön, dich kennenzulernen. Kann ich den, äh, antworten? Du bist da, Seiko? Nein. Okay. Hey, ich will sprechen. Also, du wirst mich jetzt nur ignorieren. Seiko, ich will sprechen. Please. Weg damit. Okay, wo ist Bullet? Please. Kann ich hier hoch? Nee, oder? Nee, klettern ist nicht. Obwohl man da easy hochkommen würde. Was ist mit diesem Baum? Sollen wir es mit auf sich? Ich glaube nicht, oder? Hm. Okay, jetzt, äh. Jetzt hat er mal dunkler geworden. Okay. Ich werde angerufen. Und wir ruft an. Sheriff. Okay, er ist auch dead. Gott verdammt, Alice. Ich versuche dich für Stunden. Ich wollte nur sagen, dass wir die Suche verlassen. Das ist nichts persönlicher. Aber hey. Du hast ihn da, um sterben. Es ist nur fair, dass du selbst sterben auch. Guten Tag, Alice. Okay. Noch nett. Nett. Okay. Es ist nur ein Traum. Wohl, nötig ist immer noch gone. Kann ich nachdem rufen? Nee, kann ich nicht. Komm runter. Just calm down. Ja, jetzt hat er halt voll seine Hand. Ich lasse alle runter. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Jetzt haben wir nur ein Reh. Ich würde sagen, gehen wir mal in die Finsternis. Taschenlampe kann ich... Okay, doch. Geht. Das sieht geil aus. Gehen wir mal rein. So, jetzt noch so ein Hexending. So, wer ist drauf? Ich kann nicht umglättern. Keine Ahnung, wer drauf war. Scheißegal. Noch eins. Wo ist das? I don't know. Hängen echt viele von den Dingen rum. Okay, scheint wohl nicht wichtig zu sein, zu wissen, wer auf den Bildern drauf ist. Oh, das ist wieder ein Bug. Kann man sich auch sagen. So, jetzt Blut. Ich hoffe nicht von unserem Hundi. Irgendjemand schreibt uns. Was? Unbekannt. Uff. Spam. Schau nach oben. Was über die gleiche anheißt. Okay, was ist denn oben? Keine Ahnung, was das jetzt war. Da ist irgendwas. I don't know. Es bewegt sich. Der ganze Baum bewegt sich. Das ist eins von diesen komischen Viechern, ne? Ja, okay. Jetzt erkenne ich's. Äh, wo muss ich lang? Eh, nichts. Jesus. Okay, ich lauf einfach mal gerade raus. Was? Ich weiß nicht, wo diese Dinger. Sieht aus wie so ein Vogelnest von unten. Uff. Komplett dunkel. Auf Youtube wird's jetzt, äh, noch schlimmer sein. Ihr werdet wahrscheinlich überhaupt gar nix sehen. Sorry. Kann sich grad nicht ändern. Taschnuppe ist broke. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Ja. Okay. Die Dinger scheinen mich nicht anzugreifen. Okay, jetzt ist komplett ein Da. Naja. Ah. Okay, ich bin nochmal hier unten. Uff. Was passiert zu seinem Hund? Du denkst, er hat etwas zu ihm gemacht? Ich bin ein bisschen überfordert. Hey, hier sind beide Sackgassen. Hier Sackgassen. Und hier ist eine Sackgasse. Hey. Oh wait. Hier. Und tape. Okay, machen wir an. Ja, da bin ich mit Bullet. Du bist ein guter Junge. Ja. Du hast gewonnen. Das ist richtig. Bullet. Oh Gott, Bullet. Das ist zu viel. Oh, was habe ich gemacht? Ähm. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Oh, ich kann nicht rennen. Der bricht gleich wieder zusammen. Der bricht gleich wieder zusammen. Okay, irgendjemand ruft an. Hallo? Äh, Jess. Jess? Ich war es. Jess? Ich war es. Ich war es. Ja, ich war es. Ich war es. Ich war es. Ja, ich war es. Ich war es. Ich war es. Ich war es. Wann ist das? Echt? Wenn du das gemacht hast, kannst du nur schrecklich machen. Nein. Du hast das gemacht. Ich habe das alles gemacht. Alles, was ich gemacht habe, war dir eine Wahl. Du hast den Pferd, und jetzt ist es tot. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Jetzt hast du nichts. Jetzt bist du bereit. Komm. Es ist Zeit. Jess. Ich bin sehr entschuldigt. Für alles. Wenn nur ich... Wenn nur ich... Wenn nur ich dich nicht verletzt habe. Wenn nur ich hörte. Jess, bitte. Ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Du hast sie verletzt, Alice. Was? Du bist ein Verletziger und ein Verletziger. Nein. Ich gehe, Alice. Wisst ihr, was du musst? Sei ein Mann, für einmal. Ich gehe zwei Mal. Ich gehe dann aber so ein Vorbild. Ich gehe. Ich gehe dazu. Ich gehe zu meinem Roller. Ich gehe es aus. Ich gehe das Ganze. Ich gehe nicht auf. Ich gehe alle leer auf. dieses zeichen sind immer mehr verschwunden ich bin wieder in diesem zeltplatz der komplett überflutet ist alles verstört sieht aus wenn jahre vergangen so was haben wir denn hier wieder in so ein komisches holzdinger einer meiner hand komplett okay die dinge kann ich nicht kaputt machen sind auch riesengroß okay die errungenschaft habe ich jetzt noch nicht bekommen das mit bully passiert ist obwohl gerade in diesem kleinen filmchen gesagt wurde er ist tot also ich denke mal wir können den finden dass er irgendwo liegt oder soweit ich weiß auch nicht es wäre schon weiß irgendwie also es ist nicht leicht den tod zu sehen sondern einfach zu wissen was passiert ist okay leute es ist mir soweit nach 14 minuten im game nicht schon wieder komplett stark das ist schlimm ich habe irgendwie so komplett probleme damit in diesem spiel den weg zu finden das ist schlimm da unten geht es überhaupt nicht weiter also ist nur das ergassen darum als sehe ich nix komplett dunkel selbst mit dieser kacktaschenlampe nach schlimm ich bin nicht für das spiel gemacht hier liegen tape rum ist aber ein blaues also nichts wo ich jetzt irgendwie die zeit ändern könnte mal gucken wir mal rein okay das tape hat doch ausgebracht auf einmal ist da ein haus strong dann ist das wahrscheinlich das besagte haus der blavage gehen wir mal rein klopfen wir mal an sagen wir mal hallo gibt es hier außen oder irgendwo ein kleines die stück oder sowas na gut rating vom haus so von 1 bis 10 hallo in eine richtung topnotch taschenlampe ist wieder broke ich sehe nichts überhaupt gar nichts was macht er jetzt ach so okay also wahrscheinlich soll ich der spruch erfolgen okay ich kann das so gucken all right alle kommen der ball du 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 wie in dem schlechten 80er jahre rauf hin ist bullet hier drin bullet ich kann doch gar nicht nach dem rufen zeit ist vorbei lesen äh wie er so ein patienten ding juckt mich mich zumindest nicht all right gehen wir mal nach oben normal heißt es ja immer gehen in den keller in dem fall hier geht es nach oben beide zimmer einrichtung auch eine 10 von 10 keine toilette aber ist auch egal wird überbewertet okay hier haben wir einen riesen schlüssel ich glaube ihr seht den gar nicht weil es komplett dunkel ist ah hier da riesen schlüssel über den keller und da hat er eben gemeint man braucht einen schlüssel bevor wir in den keller gehen gehe ich aber erstmal nach ganz oben oder auch nicht okay zufälligerweise ist das dann alles eingestürzt gehen wir in den keller so einmal aufmachen hallo ich bin es ey die ist aber auch abnormal steil ne ey 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 ein bullet okay da kann ich lang und hier nicht das habe ich jetzt schon dreimal in diesem haus gesehen scheinbar beliebt zu sein ah ein besen die hätte man ja benutzen können na gut zu ne ja ok bullet kann ich mehr das bringt auch eher semi was ah duschen wieder das komische ding da nochmal ey mir fällt gerade auf ich bin noch in den keller reingegangen warum bin ich jetzt aber für einmal wieder im erdgeschoss what ich kann mich nicht daran erinnern ob er benutzt haben naja ich denke mal da muss ich rein ne finde ich den schlüssel nö ok dann suchen wir mal den key i guess was ist das hier warum bin ich hier reingegangen ah ne doch da ist echt was tape die ruine also echt vielleicht mal gucken da noch was ja tür offen that's what i want ok wo war die tür da easy bullet die okay der korridor jetzt wiederholt sich alles bullet kann ich da rein mhm nein bullet oh god dieser pixelbrei nice bullet na cool seitdem der war rückwärts was haben wir denn hier ähm kam guck nicht ah schön das haus repariert sich von selbst ohne sound aber es wird aber cool aus wenn ich hier so lang gehe ähm ok bei der wand nicht nein jetzt werde ich aber teleporten oben oder nach hinten naja da hinten sehe ich gar nichts ein paar schnappel broke ist komplett broke ne ok fps wie sind wir denn maryland oh das haus war ja mal schön es war kann ich irgendwas sehen nein alter die hätte irgendwelche krassen drugs genommen ganz ehrlich glaubt ich kann bullet in diesem haus finden oder habe ich das schon verpasst kein happy end ja das ist äh offensichtlich komm was hat denn diese ratte da im maul hat die geraucht ja deswegen ist die auch gestorben ne äh mir hat gerade jemand geschrieben äh kein signal gut aber nachrichten kriege ich trotzdem war das die letzte 11 Uhr I don't know Jess ist es einfach zu viel ich kann nicht mehr ich werde dich nicht mit runterziehen Punkt das mal noch schauen nach oben hä der Scherp hat mir geschrieben ich wollte dir nur sagen dass er aus dem Krankenhaus entlassen wurde wer Doktor ich möchte sie an ihren Termin erinnern dankeschön könntest du zur Station kommen ja ok ähm was haben wir denn hier Frau Rotmoni von wo diese Hand von dem ähm keine Ahnung von dem wie das ist rechts links rechts links oben unten ähm kann ich beide Telefon machen nö das sieht auch cool aus das sieht nice aus ich mag die Korn ah schwer so ein Ding und wer ist drauf I don't know da ist wieder zu äh komplett am Arsch das ist mit dem Auto können wir damit wegfahren ich rede mit mir selbst in der Vergangenheit ach so das ist das Auto was im Wald war ne ok ein bisschen random dass wir jetzt mit uns selbst reden jetzt ist es komplett am Arsch ähm oh wir müssen jetzt den Sheriff umbringen just do it oh bringt die Rinde komplett am Rad älter schnell weg hier warum wollen alle was von mir auf einmal wie stellst du dir in Zukunft vor I don't know irgendwas mit Bullet oh ich will so ein Ding ähm sieh nicht hin ok ach so hier Luke jetzt hab ich übersehen dann gucken wir heute nicht hin gehen wir hier rein du 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 ich sieg oh nix noch ein weiterzimmer ähm gehen wir noch unten ja oben geht ich ok immer dem Weg folgen ich hab das Gefühl das ist das Ende des Spiels und ich weiß aber noch nicht was mit Bullet passiert ist also ich weiß schon was mit ihnen passiert ist er ist tot aber ist er friedlich gestorben haben sie hinausgebrei oh shit ok es geht immer weiter runter hey wenn du hier runter gehst ne diese steine Treppe riechst du dir doch alles fix aufs Marl tot ok wir sind eh wieder im Endgeschoss uff alter was ist mir passiert Bullet fuck hallo oh Gott ne ist kein Hund zum Glück schwer ne eigentlich kotzab we got a robbery in progress convenience store near Burkittsville road those kids again yeah probably oh wait wer ist denn da ich seh überhaupt nix mehr ich folge gerade diesem Typen der irgendwie rumrennt also hier ohne Cam der du sieh mal gar nichts ne rip oh ein Reh what ich dachte gerade ganz kurz meine Facecam wird hier eingeblendet what the fuck wir haben so ein Typ war das Adam Adam ich suche Bullet okay das war ein Typ ich bin da gar nicht in den Kalei gegangen Lucky 24 das sieht doch cool aus Alice answer me hallo gut hab ich gerade den Typ aufgeknallt also hier geht echt viel ab in dem Haus oh was haben wir denn hier noch mehr Blut ähm shit hannik hier weiß ich nicht ich hab hier gar nichts mehr frag mich nicht oh tschüss okay wir haben also ein unbewahrtes Kind abgeknallt unsere Kollegen im Krieg mit dem Messer abgestochen ich glaub wir sind nicht so ein äh Social Guy glaub ich besser wenn wir hier im Wald bleiben oh was haben wir denn hier ganz wenig Stühle toll ich bin dafür zu schuldigen das sieht aus wie ein Krankenhaus ein bisschen das ist nicht wo es alles begonnen hat ist es? ja ich glaub das ist ein Krankenhaus uff äh 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 ich hab das schon 30 Mal in diesem Zimmer klar hat er es schon vorher gesehen das ist ein komisches Ding 50 Mal aufgesammelt jetzt wundert er sich da sind ganz viele von denen okay hier kommt das hübsche Kerlchen dankeschön du hast deine Perding-Face aufgesammelt Achso, jetzt seh' ich euch. Sir, Sir. Yes, Sir. Darf' ich? Sir. 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 Sir, Sir. Sir, Sir. Sir, Sir. Fuck. Wo zum Fick bin ich? What the fuck? Alan Palmer. Hallo, Bullet? Jesus, aber mich wird geschossen. Monarch, das ist Fox Shot 1. Wir haben festgestellt, dass wir Soldaten an 2 Uhr sind. Sie sind nicht bewusst, dass unsere Präsenz sind. Oliver Marley. Oliver. Oliver, sag' ich mal deinen Namen. Irgendwer. Keith Forst. Da war grad hier so'n Typ. Keith Forst. Okay, draußen ist grad wieder einer hops gegangen. Hat die den schreien gehört? Was steht hier? Ah, keine Ahnung. Und down we go. Hallo? Hallo? Der kommt einem entgegengekommen. Haben wir den gesehen? Oh, was steht hier an? Uff, halber Roman. Aber ein bisschen sehr verpixelt. Okay, ich glaub wir sind im Keller angekommen. Endlich. Uff, der liegt aber auch schon die ganze Weile hier rum. Toll, vergammelt. Bisschen lautes Wasser. Bullet? Hast du Bullet gesehen? Amateur, ja. Sorry. Jeder ist perfekt. Bullet? Ich glaub ich werd nicht rausfinden, was mit Bullet passiert ist. Ich glaub ich geh in diesem Haus hier hops. So wie er hier. Hallo? Bullet? Du hast nen Schuh verloren. Bro? Okay, langsam könnten wir hier auch mal wieder rauskommen. Tu es. Was denn? Was macht denn das? Hä? Was denn das? Was? Was mit ner Wasserschleuse? Genau. Schleuse. Genau. Hab ich ihn mit damit rumgebracht? Mit ner Wasserschleuse? So, wer flüstert denn hier? Achso, hi. Okay. Bullet? Hier? Vielleicht? Nein? Ich hör irgendwas. Ähhhhh. Das hab ich nicht gehört. Irgendwas da hinter der Bahn. Oh, der Stuhl blutet. Was? Warum? Warum? Okay, warte. Das war dann in diesem Videotape, oder? Das klingt irgendwie familiar. Ja. Hm. Tududu. Weiter, weiter, weiter. No way, das war ein anderes Tape. Ja, hier. Da. Tudu. Easy. Diesmal hab ich keine 30 Minuten dafür gebraucht. Okay, was ist denn hier in dieser besonderen Tür? Nichts. Oh, da jemand schreibt. Das ist wichtig. Kein Signal. Ah, wir Spam. Schon wieder. Stell dir deine Zukunft vor. Er ist hier in den Schatten. Uh. Beware. Hallo? Hallo? Steht da noch? Oh ja. Hallo? Nein. Nein. Kein bisschen. Das Labyrinth geht eindeutig zu lang. Das ist einfach nur witzig. Okay, der Pfeil zeigt da lang, aber, ähm. Ich komme nicht durch. Ah, das ging schon wieder. Das kommt mir da bekannt vor. Okay, für alle, die es interessiert. Ich bin jetzt schon 42 Minuten in der Aufnahme. Ich freue mich, wie lange das Videokrapp bei euch ist. Ich kann mich viel nicht rausgeschnitten haben. Okay, es geht noch weiter runter. Vielleicht bleiben wir wieder im Erdgeschoss. Er hat Zeit, immer nur im Erdgeschoss. Okay, irgendwie ein Mandat. Sehr stark. Das macht ich gern. Uff, okay, scheiße. Ich habe nur seine Beine angeguckt. Okay. Dann halt so. Da lang. Mh. Hier durch. Alan Palmer. Alan. Keith Forst. Keith Forst. Sylvester Boys. Ja, der auch noch. Äh. Ist der klasse? Mhm. Der Helm sieht ein bisschen sehr groß aus. Ich habe so einen Monsterkopf. Okay, jetzt haben wir ja das. Tolle Bild. Ja, davon bin ich. Das ist ein Grabstein. Ich glaube schon, ne? Ehrlich? Rose. Ja, das ist ein Grabstein. Okay. Wer ist das? Sein Zimmer? Okay. Flashbacks. Ah, das Ding ist weiter geschnitzt. Fast fertig. So. Was steht hier? Selfish. Ah, meine neue Tür. Bisschen lege hier. Was blutet denn da? Hallo? Das Ding ist hoch. Kannst du das mal gelkook? Das Ding ist ohne. Pferd. Und Neb motive Module. Das Ding ist immunisch. Ja, das Ding ist gegenseit devotion ist. Das Ding ist nicht dran. Maier тех4ver. 怒 mal her. Ich hab seine metrosen ver rooms! Dieses komische Knacken die ganze Zeit, der mich irgendwie an so'n, ähm, so'n Messgerät für, wie heißt's nochmal? Radioaktivität. Äh, das ist ja nur in einem Raum hier. Hier. Ne, ich komm nicht lang. Help. Alles klar. Oh, warte. Warte. Nein. Alice, nein. Du musst dich aufhören. Ähm, alteres Bild. ja okay eine lampe was sonst so hier schreibt wieder jemand wer bist du wo bin ich das ist ja die frage okay nicht angucken wo muss denn dann genau dahin okay macht es dem was aus wenn ich gegen den laufe er läuft hier irgendwie rum ich bin jetzt schon wieder was mir das stimmt allerdings ich habe mich wirklich nicht im spiegel angesehen weil ich irgendwie kein spiegelbild habe habe ich ein paar mal ausprobiert da hat er recht so was ist hier drin noch ein tape in die ecke okay ja okay ich gehe in die ecke nein nein die Kamera bewegt sich ganz von allein nein ich komme geschafft hallo hallo ah meine tasche aber geht wieder cool ist ja toll hallo 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 so random wer ist das oh gott oh was ist denn das für ein effekt uff der ist ekelhaft nein das ist oh er schon wieder ja zweimal oh gott ah 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 oh hi wer war das oh oh hi wer war das oh 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 alter ist das so gewollt holy moody oh da geht es runter ach du scheiße ah 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 cool das blut hat 10 fps oh mein gibt es immer was zu sehen außer blut hallo ähm ich bin wieder im haus achso das ist das komische ding was immer hier wenn immer aufschloppt das komische gesicht das ist ja schön das ist ja schön Dreckslock das fällt hier jetzt ist er auf ah guck mal er hat es angemalt ah 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 ich werde dich töten sicher komm zurück hier du magst das was geht denn hier ab was geht denn hier ab ich habe dich nicht mit dir die die hi 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 du 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 ich du Wo ist der nächste? Wer will noch? Was zur Hölle ist passiert? Was war das? Das ist das... Das Basement. Ich bin endlich hier. Peter! Peter! Peter, wo bist du? Bullitt? Bullitt? Bist du es? Na, guck mal. Er hat dich gesammelt. Er hat sie alle töten. Scheiße. Er ist nicht hier. Was jetzt? Was glaubst du wirklich, dass du so leicht bist, Alice? Dass der Kind hier wundervt für dich? Dass du ihn schiefst und gehst als Heroin zurück? No, Alice. You don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Der Schlüssel ist unter dem Tisch. Alright, thank you for the info. I'm gonna need you to search for a half a minute. So, Schlüssel. Dankeschön. Dann gehen wir mal runter. Noch weiter runter. Sir? Hallo? So. Was ist denn das hier? Oh, nee. Klausophobie. Hier wird Schluss. Ich würde umdrehen. Fuck it. Scheiße, Polo. Ich sehe nichts. Hallo? không? Mikєque. F kramp. F snake 1940s. Foh. Lock it v astral. Fah. Sorry. 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 Babe. I to thesamian Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, 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 bitte, 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 oh Gott, ich werde dich nicht töten, bitte, 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 bitte wissen, die wir abgestorben haben. Oh, ich bin nicht dieser kranke Typ. Was ist das? Oh, Bulleted Bulli ist cool. Wir sind wieder über im Wald. Zum Überspringen. Kommt da denn jetzt noch irgendwas? Ah, der Absprung, okay. Aber ich finde, das Ende hat sich ein bisschen gezogen mit dem Haus. Wenn wir mal ein bisschen kürzer machen können, aber... Sonst war es das Game ziemlich geil. Auch wenn ich sehr oft nicht weitergekommen bin, das war echt bitter. Ja, das wird heute, glaube ich, ein bisschen überlängern. Oder ich mache es in zwei Videos, die ich noch überlegen. Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Playmix ist zu Ende. Haut rein Leute. Und... Ciao. Und...